Herzlich Willkommen heute bei Hobbys Kochstudio Teil 10. Wir haben heute im Programm Kartoffelsuppe Second Life. Warum denn Kartoffelsuppe Second Life, fragt ihr euch sicherlich. Ja, Kartoffelsuppe ist heute dran, weil Helge Schneider ein neues wunderbares Bühnenprogramm hat. Jetzt ein bisschen Werbung für Helge Schneider, das muss ja sein, Wulle Wupp Kartoffelsupp. Und er lädt dazu Dresdnerinnen und Dresdner ein. In seiner Show oder hinter der Bühne Kartoffelsuppe zu kochen. Das ist natürlich alles Kokolore, sagt Hobbys Kochstudio. Hobbys Kochstudio heute, Kartoffelsuppe Second Life. Wir haben gestern eine Kartoffelsuppe gemacht. Diese ist alle, weil wir gestern natürlich schon davon gegessen haben. Heute blieb ein kleiner Rest übrig von gestern. Den nehmen wir jetzt, füllen wir es in eine kleine Schüssel, gerade groß genug, um die letzten Reste aus dem Topf aufzupacken. Und hier sehen wir jetzt, wir haben gestern lecker Mörchen aus dem Garten, Kartoffeln aus dem Garten, die Kräuter aus dem Garten, alles lecker Wasser aus der Leitung hier reingeknallt. Und ja, wir tun jetzt das ganz einfach in die Mikrowelle. Ja, schau mir, hier ist die Mikrowelle. Voila, leer. Jetzt also hier Kartoffelsuppe rein. Dann kommt noch so ein Deckel drauf. Als Spritzschutz. Zack. Stellen wir das hier auf Wärme. Und machen. An. Drei Minuten. Zack. Und in drei Minuten haben wir leckere, warme Kartoffelsuppe Second Life. Total einfach gemacht. Super preiswert hergestellt. Wir nehmen die Kartoffelsuppe von gestern. Wir wärmen das in der Mikrowelle auf. Das ist quasi nichts. Und Ökostrom, tja, da tun wir noch was.